Oh, das ist cool. Also hört sich zumindest so an. Wie gesagt, ich kann jetzt echt nicht sagen, welche Lieder in dieser Playlist alle drin sind. Ich hab die irgendwann mal Probe gehört, so die ersten 10-20 Sekunden, hab gedacht, ja okay, kann man machen. Und ja, deswegen sind die da jetzt drinnen. Nein, das. So, hm. Na schön, wie machen wir das mit dem Haus? Und nein, ich achte nicht drauf, wie viel Kohle da jetzt genau verbraten wird für so und so viel, ja, Eisen, Ohre und so. Sondern ich mach das einfach rein und passt schon, weil Kohle gibt so viel, da muss man echt nicht dran sparen. Also zumindest im Moment nicht. So, okay, wollen wir noch ein Häusli, also was heißt noch eins? Das Häusli größer bauen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Machen wir uns mal ein bisschen Wut. Und... So. Hm, wie machen wir das? Wir hatten ja auch gemeint, dass das cool wäre, wenn das hier eine Insel wäre. Das wäre natürlich auch geil, wenn man hier einfach eine Insel draus macht. Hm, wenn ich hier einfach so durchgehe, ja, und dann hier den Fluss einfach durchleite, dann müsste das eigentlich funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt eine Menge Terraforming vor uns. Ich hätte gesagt, hier ungefähr, oder? Da müssen noch die ganzen Bäume hier weg. Und dann brauchen wir einen Haufen Schaufeln. Hm. Aber das wäre eigentlich ganz cool. Also mir würde sowas gefallen. Ziemlich sogar. Ich mag die Playlist. So. Ähm, übrigens, wer es noch nicht gemerkt hat, die Lieder, die in den Videos vorkommen, stehen auch in der Beschreibung drin. Ähm. Ähm, ja, also wen das interessiert, der soll sich da einfach mal reingucken. Und der findet da, was er sucht. Jetzt mit der Playlist weiß ich noch nicht so genau, wie ich das machen werde. Wahrscheinlich, ähm, stelle ich einfach die ganzen, also die komplette Playlist, die Lieder, die Titel rein. Und, wie hätte ich gesagt. Und ihr könnt dann selber, ja, vielleicht rausfinden, was jetzt genau wozu gehört und so. Also, welches Lied welches ist. Wen es jetzt richtig interessiert. Das perfekte Lied zum Erdeklatschen. Das perfekte Lied zum Erdeklatschen. Erdeklatschen. Und Eier. Nein. Erdeklatschen. Ich will das jetzt auch nicht wegmachen. Oh, guck mal, was da ist. Das kennen wir doch irgendwo her. Haben wir noch eine Schaufel? Ja. So, können wir noch eins tiefer? Oh, man merkt schon, mit Eisen geht's sehr, sehr viel schneller. Ups. Nein. Äh, hab ich Erde? Wird es schon wieder dunkel? Mein Gott, das gibt's doch nicht. Na gut, dann gehen wir nochmal eben schlafen. Dass die Tage immer so schnell vergehen. Das ist unglaublich. Wirklich schlimm. Na komm. Zurück in die Kiste. So, gute Nacht. Oh, ein guten Morgen. So. Ähm, ich mach hier mal eben ein bisschen Ernte. Ähm, vorerst werde ich übrigens auch nichts irgendwie so kompliziertes Erntemaschine-Technisches bauen. Ja, einfach, weil's mir grad nicht dazu ist und passt und so. Aber die Saplings sammeln wir natürlich ein. So. Autsch. So, und jetzt noch den ganzen Stein weghauen. Ähm, natürlich bleibt es hier kein so komischer Graben. Das wird dann alles noch schön abgerundet, damit's alles natürlich aussieht. Natürlich. Aber als erstes brauchen wir natürlich irgendeine Anlaufstation, wo wir dann unseren, ja, Graben machen. Ich hoffe mal, ich hab mir da jetzt nicht zu viel vorgenommen. Aber das dürfte eigentlich schon machbar sein, glaub ich mal. So. Sieht auf jeden Fall gut aus. So würde ich's lassen. Nein! Nein! Was? Was war das denn? Ah! Äh, Hilfe. Alter, hab ich mich erschreckt. Krass. Ist da einfach so ein Kack-Creeper, ey. Ich hab gedacht, die sind noch nicht gespawnt. Ja, Musik, ist klar. Uh, aber da ist ne Höhle. Ja, das ist ja schon mal gut. Das erleichtert uns einiges. Nicht. Höhle? Kam der da vielleicht her? Oh, da geht's schon wieder raus. Okay. Und da ist der Sumpf. Okay. Ja gut, ich nehm mal das Eisen mit. Boah, der mich jetzt erschreckt, ey. Oh, ich hasse Creeper. Ich hasse sie. Hm, na gut. Gucken wir mal eben. Uah, schon wieder so ein Kack-Skelett. Na komm. Hör auf, mich zu treffen. Hör auf. Äh, nein, nicht schon wieder. Blöder Creeper, ey. Das war's aber, oder? Ja. Na gut, dann gehen wir mal eben schnell wieder zurück. Und machen weiter mit unserer Arbeit. Ach, ist das schön draußen. Auch wenn's hier jetzt nicht mehr ganz so schön ist, aber das... Hup. Huhn. Das ist es ja sowieso nicht. Wenn wir hiermit noch... Also, solange wir hiermit noch nicht fertig sind. Ich ess mal was. Ups, das hier. Ähm, so. Der Baum nervt mich auch ein bisschen, ne? Machen wir den mal weg. Nein. Nein, komm her. So. Oh, ja. Oh, ja. So, wie man sieht, bin ich jetzt schon dezent dabei, hier ein bisschen was wegzurucken. So, das hier unten mache ich dann, glaube ich, mehr zum Schluss. Ach nö, die Schaufel ist gleich wieder kaputt. Das gefällt mir aber nicht. Also Erde haben wir dann auf jeden Fall genug. Das steht schon mal fest. Und das war's mit der Schaufel. Na gut. Ja, wow, wir haben schon ziemlich viel. Der Weizen ist fertig und wir pflanzen gleich neu an, hier. So, tschüss. So, legen wir erstmal ein bisschen was ab. Das brauchen wir nicht. Das ist ganz gut. Hallo. So, daraus können wir Brote machen. Den brauchen wir auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das können wir da mit reinschmeißen. Nein. Ja, so gut wie. Okay. Das Holz packe ich auch erstmal mit rein. Soweit es geht. Und wir wollten uns ein Schäufelchen machen. Haben wir noch Eisen? Dann nehmen wir einfach mal hier was mit. Und auf geht's. Und auf geht's. Und wir wollen uns ein Schäufelchen machen. Und wir wollen uns ein Schäufelchen machen.